Einen wunderschönen was auch immer. Das Internet hat ja noch immer, immer offen. Die autoritären Anwandlungen unserer Regierung haben daran noch nichts geändert. Mein Name ist Rainer Christbund und ich darf Sie recht herzlich zur zweiten Ausgabe von Das Gesprochene Album Review. Heute Gesangskapelle Hermann. Alles dango willkommen heißen. Besonders grüße ich wie immer meine Abonnenten und Abonnentinnen. Es sei mir en passant noch genehmigt, darauf hinzuweisen, dass das alles seinen Ausgang nahm mit dem Buch Musikarbeiter unterwegs, mit Fotos von Marion Lang und Texten von mir aus 15 Jahren einer Serie im Augustin dieser wunderbaren Zeitung bei Zeus.com anzusehen, wenn sie über das Buch was wissen wollen. Um jetzt sozusagen die Musik auch anders zu rezipieren. Reviews, weil das Review ist ja nicht mehr so. Ich begann mit den Fehlfarben und ihrer Live-Version von Monarchie und Alltag, die im Juni erscheint, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz lege. Auch die Gesangskapelle Hermann. Alles dango hat große Qualitäten. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich von den Fehlfarben zur Gesangskapelle Hermann bewegt habe. Das sind auch durchaus unterschiedliche Welten. Aber ja, ich war damit beschäftigt, Tische in der Gastronomie zu besetzen und mir ein Konzept zu überlegen, wie ich diese Tische dann alle nutzen kann, um mir das auch schön zu saufen, diesen Sperr auf, oder wie immer das jetzt heißt, den ich tatsächlich mit einer gewissen Skepsis sehe, mit einer gewissen Skepsis, einer sehr großen, einer eigentlich Trauer und Wut, sehe ich auch, wie unglaublich diese Inszenierung dieser Regierung ist, wie das eigentlich völlig überhaupt nicht sein kann, dass angeblich eine so große Zustimmung ist bei einer Regierung, die so wahnsinnig viele Arbeitslose produziert, die seitens der türkisen Partei ihre gnadenlose von oben nach unten Umverteilung, also von unten nach oben Umverteilung, den Reichen immer mehr, den Wohlhabenden immer mehr Sicherheit, gnadenlos durchzieht, auch in dieser Krise. Also das ist schon ungeheuerlich. Wie dieser Fäck, dieser Kanzlerimitator, dann auch über seine Schergen, anders kann man das nicht mehr nennen, wie jetzt durchs Internet, ich habe es nicht überprüft, wenn es dann nicht stimmt, aber es passt so zu ihm, es passt so zu dem, wie die agieren, dass er da anordnen oder anregen nur lässt. Dass man beflaggt. Demnächst kommen dann die ersten Schreiben, sehen Sie, wird der Name erwähnt, dann müssen Sie sich mit Maske oder ohne in den Staub werfen, weil ja sein Licht auf uns scheint und das kann es ja nicht sein. Und wie dann an der Kultur und in vielen anderen Bereichen der Kultur, leider diese völlig unglückselige Rolle der Grünen und auch generell die Performance von Sigi Maurer, ein Desaster, dass man nicht schreiben könnte, wenn man ein bösartiger Autor wäre. Das ist einfach alles unbockbar. Aber dann muss man manchmal ein bisschen am Boden liegen und jammern. Das tue ich dann nicht vor der Kamera. Oder aber sich bewegen, einfach bewegen und nicht drauf denken. Schöne Bücher lesen, schöne Musik kuchen, was uns wieder zur Gesangskapelle Hermann bringt. Ich durfte diese Formation, das sind sechs Stimmen mittlerweile, Simon Klanberger, Simon Scharinger, Stefan Wohlenwut, Jochen Rieger, Robert Bockfuß und Bernhard Höftl. Das ist auch eine Performance in Gleitsicht. Wunderbar aufgenommen von Hannibal Scheutz, der ja mit seiner Band, den 5 Achtel in Ehren, auch gerade ein tolles Album rausgebracht hat. Ja, ja, ja. Ja, diese 5 Achtel durfte ich, nicht die 5 Achtel, die Gesangskapelle Hermann, durfte ich das erste Mal geben. Du, das ist seit 2012, und ich nehme mir an, 2013, 2014, was weiß ich, war das beim Friedl Preisel, für den ich viel arbeiten darf und auch anmoderieren darf. Und ich glaube, ich moderierte eben die Gesangskapelle Hermann im wunderbaren Borgi und Bass an. Und das war schon großartig. Das ist eine Art von Musik und von Performance. Eben sechs Männern mit so einem Humor. Das geht schon ins Kleinkünstlerische und hat auch ein kabarettistisches Element. Ist aber auch Musik super, weil gerade auch bei dem Album fällt auf, wie Leiband die singen, drei Bässe, drei Tenor. Also so, wie ich dann nicht auf den Text gekocht habe, und das meine ich ernst, und das meine ich auch als ganz großes Kompliment, habe ich mir gedacht, hey, würde ich mal sozusagen den Brian Wilson in mir spüren und ordentliche Gesangssätze produzieren wollen, dann würde ich mit diesen sechs nicht mehr ganz jungen, aber noch sehr, aber doch jungen Männern reden. Das klingt wirklich großartig auf diesen Liedern wie Alles, Dango, Leistungsträger, Das Liebe ist, Bitcoin-Millionär, meinen heimlichen Hit Schaffner, weil ich als Eisenbahner Enkel, ja, heimlicher Hit, also, oh ja, das ist ein sehr, sehr eingängiges Lied, Schaffner, als Eisenbahner Enkel bin ich ja für Themen rund um die Eisenbahn sehr empfänglich. Live hat das super für mich funktioniert, daran kann ich aber auch festmachen, was sozusagen gesagt werden muss, meiner Meinung nach, wenn der Kritiker ehrlich ist, ich habe ja eben eine gewisse Distanz zu Kabarett und Kleinkunst, würde mir das wahrscheinlich bewusst nie anschauen. Wann es dann Sierk und es diese Qualitäten hat, die die Gesangskapelle Hermann, muss übrigens unten in den Infomöglichkeiten die Homepage finden, wo sie dieses Album auch beziehen können, dann gefällt es mir sehr oft eh sehr gut, weil das eben nicht nur albern ist, nicht nur nivellierend und relativierend, die haben einen Humor, der eh so wie Punk-Humor mitunter ist, ein bisschen nicht so ernst nehmen, aber manche Sachen sehr ernst nehmen, wie zum Beispiel Leistungsträger, weil ich zuerst über die Politik ja auch meinen Unmut geäußert habe, da wären die auch inhaltlich ganz scharfen, der innen eigenen, sehr umsichtigen Ort, also da geht es nicht um ein Schissen und was weiß ich, sondern um eine Greifbarmachung von den Verhaltensmustern und so weiter und da ist in diesen Liedern, in manchen dieser Lieder, mehr drinnen, als man vielleicht aufs Erste vermuten mag. Es ist weiterhin so, dass es für mich wahrscheinlich nicht der naturell zu Hause Aufleg-Tonträger of choice ist, aber das ist eigentlich ein bisschen irrelevant. Ich kann mich an eine Diskussion mit meiner damaligen Band Danke erinnern, ich glaube, der Richie Klammer, Richard Klammer, toller Trompettermusiker und unbeugbarer Künstler, hat letztlich gesagt, dass er seriöse Musikkritik eigentlich immer nur anklopfen kann. Was sagen denn die, dass sie sind? Und was wollen sie sein? Halt das und machen sie das gut. Erfüllen sie das. Und da kann man bei Alles Dank und seinen zehn Liedern sagen, die Gesangskapelle Herrmann hat tatsächlich für sich mit diesem dritten Album Opus Magnum. Magnum Opus ist immer so ein großes Wort, weil da muss ich gleich wieder an Opus Dee denken und da wird man dann gleich wieder schlecht. Aber das ist so etwas wie wahrscheinlich das gültigste Dokument dessen, was sie tun. Es wird auch Gitarre gespielt, es gibt ein Trampett, was, glaube ich, live mittlerweile auch eingesetzt wird. Live ist auch ein gutes Stichwort, weil, wie gesagt, ich glaube, noch durchschlagskräftiger ist ja solche Musik auch live. Auf ist natürlich der Gesangskapelle viel abgesagt worden. Da unten sehen Sie die Ersatztermine und wenn Sie einen ungefähren Guster kriegen oder Menschen kennen, die sowas suchen und sowas wollen, dann weisen Sie sie doch darauf hin. Die sind schon eine der spezielleren Freuden des heimischen Musikgeschehens. Und ohne jetzt in so eine pauschale Medienkritik zu kippen, da sind einfach auch wirklich Lieder drauf, die in einem vernehmbaren Radio öfter gespielt werden würden. Und das muss gar nicht Ö3 leisten, aber es ist einfach unverständlich, warum es sowas nicht gibt. Diese Fülle an sehr witziger, gewitzter, gut gemachter, pointierter Musik und Ansätzen wie eben Gesangskapelle Hermann und wie zig andere, die tatsächlich sich in den Alltag von Menschen einbauen würden können, wenn die Menschen das einfach so hören würden. Wahrscheinlich ist dieser Zug eh abgefahren und das läuft über Playlists, aber egal, da würde sich die Gesangskapelle Hermann auch anbieten und da wirken dann auch einzelne Stücke für sich stimmig. Also vielleicht ist das Albumformat auch für so etwas nicht unbedingt das zwingendste Format. Mit all diesen Zweifeln muss man aber auch nur einmal sagen, ich glaube, das war ja diese handelnden Personen, diese sieben handelnden Personen, die auch die Lieder geschrieben haben und so weiter, die Arash Maus und der Hannibal als aufnehmender und formender sicher auch bewusst und das ist auch eindrucksvoll, wie sie diese nämlich nicht leichte Aufgabe gelöst haben. Die Sana wirklich gescheit, weil sie haben nicht das statusträchtige Vinyl gewählt, sondern eine CD und ich schwöre Ihnen, das ist ja auch bei Konzerten ein leicht mitzunehmendes, akustisches Souvenir zum noch einmal hören, zum genauer hören. So, glaube ich, ist ja die CD4T, sie ist ja die CD super und ich wage es zu behaupten, dass auch die Gesangskapelle Hermann bei den Konzerten dann einen Großteil, wenn nicht überhaupt, die ganze Auflage von Alles Tango, der erste oder zweite Auflage, weil ich glaube, das findet seine Fans, loswerden wird. In diesem Sinne, Tango tanzen kann ich nicht, aber auf den Tango lasse ich mich gerne, machen Sie es doch auch. Gesangskapelle Hermann, hip, hip, hurra!